So Dann macht er das mit dem Spiegel, dann guckt er noch, ob heute eine Vorstellung ist Am besten so, abends geht er hin Unfruchtbar, hä? Wieso? Ach, ne Ist denn hässlich geworden? Hä? Film ansehen Wieso Musikkarriere starten? Ich will Theater besichtigen oder so Und ich will mir endlich mal so eine dumme Symphonie ansehen Das kann ja wohl nicht sein, dass das hier nicht gemacht wird Ist es vielleicht ab 19 Uhr oder so? Er zockt schon wieder, Alter, das ist so schlimm Ja Hä? Und was ist denn jetzt? Alter, wir hätten genau genug Geld für Partner werden Ich glaube, er geht jetzt mal nach Hause Er trainiert schon wieder, Alter, das ist so dumm Das machen wir auch mal So So Fitness schon hier, Level 9 Ach man So Von zu Hause aus arbeiten, komm Das ist zumindest mal was Sinnvolles So So Da, Lene Was macht sie da jetzt? Ach so Geht schlafen Okay Ach Leute Ich weiß gerade echt nicht mehr so wirklich, was ich erzählen soll Ist ja echt so Ich weiß es nicht Zutatenburgen, aha Mach's ganz Repariere die Erfindung im wissenschaftlichen Ach so Muss ich wieder hingehen Naja, das machen wir dann am nächsten Tag Am Sonntag Wir haben aber auch immer was zu tun hier, ne? Das ist schlimm Letzte Woche das Buch lesen Jetzt das Beziehungsweise das Buch war ja am Mittwoch Da hatten wir ja auch frei Ist ja auch so eine So eine Art zweites Wochenende Ach, das hätte ich auch mal gerne So ein richtig langes Wochenende Am besten sechs Tage Ja Das wär's doch mal So Ach, nee Ach, jetzt geht doch nicht nur auf Play Jetzt lass es doch bitte so Nur wenn die jetzt aufgestanden ist Und wieder irgendwas Unbedeutendes macht Will ich doch nicht hier gleich, dass es wieder total langsam geht Ja Das ist jetzt nicht das, was ich hier mit bezwecken will So, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich jetzt noch aufnehme Mache ich jetzt noch bis 38 Also noch eine halbe Stunde oder noch eine Viertelstunde Ich wüsste es gar nicht Ich wüsste es gar nicht Ähm 23 Muss mal grad was rechnen 19 Hm 19 Plus 14 Na gut, sagen wir mal 20 Das ist 34 Müsste ich bis 34 machen Jetzt ist es 22 22 Ach, ob ich so lange noch Lust habe, weiß ich nicht Hm Mal schauen Gucke ich einfach mal So, die Fahrgemeinschaft wird alleine, fährt in etwa einer Stunde Schön Ach ja Die vertrockneten Pflanzen, die können wir eigentlich mal wegwerfen Hä, wer, wer Mord du mal Ach so, das ist der Lene Ja, hatte ich ja grad gelesen War ich grad wieder ein bisschen geistensabwesend Was macht er jetzt? Er ist wieder im Internet Chattet ein bisschen Okay So Äh Geh beim nächsten Mal mit etwas mehr Herzblut an die Sache Okay Ja, warum soll ich auch so ein komisches Rezept lernen? Habe ich keinen Bock Mann Wieso chattet der jetzt? Das ist doch voll unnötig Geh jetzt hier mal in Aussehen überprüfen, bitte So Mit Lisa plaudern will er Stimmt, das ist ja seine Frau, oder? Kann er ja auch mal wieder machen Gehen wir mal hier hin in den Banschhaushalt Und reden mal mit ihr So Okay Okay Freundlich plaudern Hä? Warum? Was bringt das jetzt? Ist das sein Kind? Ne, das ist Wolfgang Bansch Wie hieß denn sein Kind? Das hieß doch Noel, oder? Naja Techtel, Mechtel Ähm, geht nicht Ach, ne, dann nicht Ach, dann gehe ich Ähm Erstmal ins wissenschaftliche Institut Ich denke mal, das geht wieder nur nachts Wo ist denn das? Ach, das ist jetzt hier hinten Achso Wenn ich jetzt von der anderen Richtung gucke Gehe zur Arbeit Achso, hat er schon gemacht Hä? Hat er noch ne? Achso Er hat's schon gemacht Alles klar Stimmt, er hat's ja schon gemacht Ganz vergessen Wie ist denn Wie ist denn Achso Liesst du das jetzt nochmal, oder was? Ich dachte schon, das hieß gerade, wenn ich war, äh, das Buch lernen Das ist auswendig lernt, aber das war einfach der Buchtitel So Komm, geh nach Hause Da ist wohl noch fette Party, aber Ist ja sowieso immer, weil da immer tausend Leute wurden Nicht nur heute So Okay Schlafen Bis 5 Uhr Reicht uns Jetzt kommen wir ganzen Es ist schwer, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten Es kommt immer 0 Uhr Also wenn's kommt So Ja Dann Ne Warten wir mal ab Weiß noch gar nicht, wie ich die Folge nenne Vielleicht Keine Ahnung Was weiß ich So Ja Ne Och Mann Ist ja wieder schlimm Ja, auf jeden Fall Äh Schauen wir mal Waffeln verdorben Na super Was geht bei ihr? Okay Die Zeitung Jetzt versäume ich sie nicht mehr Die sind beide schlecht Hat jetzt schon wieder 46 vergammelt, oder? Ist ja echt ne gute Tradition mit den Zeitungen, muss ich ja sagen Unkrautjäten Jetzt isst er noch ne Eiscreme Alter, was ist das für ne Hupe? Alter Guck dir den Wagen an Boah Ne Wie sagt man so schön leer mit dem Fahrrad zu Strand, als mit dem Porsche zum Auto, äh, zur Arbeit Naja Das ist so ein Spruch Aber ich meine, er Für ihn ist ja seine Arbeit wie Urlaub, ne? Genauso sollte es sein Wie bei Spongebob Ist ja genauso Und ja So Ist schon wieder Montag, eine weitere Woche Beginnt Schrecklich Befördert werden Oh, steht wahrscheinlich wieder bevor Das ist immer, wenn die Leistung, wenn es gut aussieht, ne? Dann kommt immer der Wunsch hier Was machen wir da mal weg? Ach komm, mir das passiert da eh nicht mehr, Alter So Und hier diese komische Eine Symphonie sehen Das passiert eh auch nicht Weil Das ist irgendwie nie verfügbar Weil die nie eine Symphonie zeigen Oder vielleicht ist das auch in einem anderen Gebäude Das kann natürlich auch sein, dass es nicht im Theater ist, sondern Keine Ahnung wo Aber ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen So großartig Ich meine, ein Kino Gibt's ein Kino oder so? Aber eine Symphonie im Kino Ich meine, das wird doch viel, viel besser ans Theater passen Mal ganz ehrlich Ne? So Oh, er wird schon wieder Unkraut jäten und Gärtnern Gleichzeitig Alte Pflanzen wegwerfen Und er stinkt auch wieder Das ist ja super Hä, aber Unkraut jäten geht ja gerade gar nicht So Dann dusch mal eine Runde Okay, noch zwei Minuten Dann ist die Folge rum Was macht man da Zeit noch? Die Wanne reparieren, natürlich Immer dasselbe Dass immer die Wanne wieder kaputt gehen muss Das verstehe ich nicht Also das ist wirklich mir noch ein Rätsel Diese ganzen Sachen Ich glaube, es sind mittlerweile auch schon eine Folge 50, Mensch Und nichts erreicht hier Schlimm Ja, Mensch, 50 Folgen Ist schon krass Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich Da wirklich so lange Bock drauf hab Na gut Bock kann man das nicht mehr nennen Ne, Spaß Also Geht schon noch Ne? Hält sich zwar in Grenzen, aber Komm Reparier jetzt Wird aber nicht so Mörderisch, ne Sein Und da geht die Pfütze direkt weg Aber nicht komplett Und deswegen machen wir den Rest noch weg Und dann beende ich die Aufnahme Hä? War da gerade schon wieder Pfütze? Ne Wahrscheinlich war da noch ein Rest Und das ist jetzt weggetrocknet Ist ja auch egal Ich verabschiede mich auf jeden Fall Wir sehen uns mal in der nächsten Aufnahme wieder Äh, ja Tut mir leid, dass ich jetzt kein Special machen konnte In Folge 50 Für alle, die sich drauf gefreut hatten Eventuell Aber ich meine Was soll man in Sims auch für ein Special machen, ne? Das weiß ich halt nicht Ich meine, man könnte es so timen, dass ich jetzt zum Beispiel in dieser Folge Ähm, das mit dem Geist mache Was ja unser großes Ziel war Aber Das ist natürlich auch nicht leicht Das jetzt, äh, so hinzukriegen Und ich weiß überhaupt nicht, ob wir das überhaupt noch hinkriegen Weil Es sieht Zur Zeit, ja Wir haben nicht mehr viele Folgen Bis 57 Habe ich mal ausgerechnet Haben wir noch Zeit Und, ähm Es sieht derzeit gar nicht mal so gut aus Dass wir jetzt das noch schaffen Ne? Und deswegen Ja, bin ich mal gespannt Vielleicht wird es noch was Vielleicht nicht Ähm, aber ich glaube mal eher nicht Äh, es tut mir zwar leid Aber Ich meine, wir sind ja auch Gut weit gekommen Wir werden jetzt noch ein bisschen hier Uns um auch Uns auch mal um die anderen Sims kümmern Ähm Dass die auch mal wieder was zu tun haben Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder